Nun kommen wir zum Tagesordnungspunkt 37 der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Spielhallengesetzes, Drucksache 19-5696 zu Drucksache 19 Als Erster hat Herr Kasseckert als Berichterstatter das Wort. Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen! Gegenbericht des Wirtschafts- und Verkehrsausschusses. Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und GRÜNEN gegen die Stimmen von SPD, LINKEN und FDP, den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 19-55-07 und damit aus der Anlage ersichtlichen Fassung in zweiter Lesung anzunehmen. Danke sehr, Herr Kasseckert, für die Berichterstattung. Hiermit aufgerufen ist ein Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Drucksache 19-5768. Ich frage jetzt einmal die Änderungsantragsteller. Wollen Sie den zuerst begründen, oder gehen wir in der Reihenfolge der Reihenfolge? Es besteht kein Begründungsbedarf. Dann hat sich als erstes Herr Lenders für die FDP-Fraktion zu Wort gemeldet. Vizepräsidentin Heike Habermann Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zu vorgerückter Stunde will ich es auch gar nicht so lange machen. Ich finde es schon spannend, dass wir an diesem heutigen Tag erst über den Staatsvertrag, dann über die Casinos und jetzt über die Spielhallen diskutieren. Ich war mir eigentlich bis dato nicht bewusst, welche Reflexe doch diese Frage von Spielen in der Politik hervorruft und mit wie vielen Bedenken und Vorschriften nachher geht. Meine Damen und Herren, das Spielen ist ein Stück weit sehr menschlich. Auch das Spielen von Erwachsenen findet Ausdruck. Aber umso mehr wir es regulieren wollen, umso mehr, das klang auch bei den anderen Tagesordnungspunkten schon an, schaffen wir es, Menschen in die Illegalität zu drängen. Ich glaube, auch bei allem Bemühen um Prävention und Spielsucht, das, was man hier wirklich machen sollte, und den Schutz vor Jugendlichen und Kindern, hat bei diesem Gesetzentwurf die Landesregierung maßlos überzogen. Das hat nach meinem Dafürhalten vor allen Dingen die Anhörung sehr eindrücklich gezeigt. Ich finde es schon bemerkenswert, dass Sie auf das, was die Jungunternehmer in dem Bereich davorgetragen haben, in Ihrem Änderungsantrag keinen Widerhall findet. Meine Damen und Herren, gerade was die Abstandsregelung anbelangt, überziehen Sie maßlos. Das wird dazu führen, dass es in Hessen so gut wie überhaupt keine Spielhallen mehr gibt. Am Ende wird es dazu führen, dass wir Ausweichmöglichkeiten haben werden. Ja, man kann das wollen. Das habe ich schon gemerkt, dass das eher so politisch gewollt ist. Frau Wissler, selbst bei den LINKEN verstehe ich nicht so genau, warum Sie das wollen. Denn die Alternative werden dann Mischformen sein. Das werden Spielbistros sein. Das werden Umgehungstatbestände sein. Das werden illegale Beschäftigungen sein. Das werden eben keine Fachkräfte mehr sein. Das wird dann abwandern in den Online-Bereich hineingehen, wo Sie eben auch keine Steuern mehr erzielen. All das werden Sie dann mit provozieren. Meine Damen und Herren, was ich persönlich am schlimmsten finde, ist, dass die Frage, dass auch Spielhallenbetreiber Eigentumsrechte haben, scheinbar überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Hier will man eine ganze Branche platt machen. Ich finde es gut, dass Frau Wissler das wenigstens auch so sagt. Die anderen machen das nur hinter versteckter Hand und führen Gesetze ein, die nichts taugen und am Ende sehr mittelstandsfeindlich sind. Vielen Dank. Danke, Herr Lenders. – Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat sich Frau Kinkel zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Das hessische Spielhallengesetz regelt die Einrichtungen und den Betrieb der Spielhallen in Hessen und soll vor allem auch den Schutz der Spielerinnen und Spieler vor Suchterkrankungen gewährleisten. Das Gesetz läuft zum 31.12. dieses Jahres aus. Aus diesem Grund ist es richtig, das Gesetz nicht nur zu verlängern, sondern durch Evaluierung, durch die Anhörung und vor allem auch durch die Aufnahme der aus der Praxis stammenden Hinweise zu den Verbesserungsmöglichkeiten zum Gesetzesvollzug aufzunehmen und das Hessische Spielhallengesetz dadurch zu verbessern. Vor dem Hintergrund der Zunahme der Menschen, die Glücksspielprobleme haben, ist es wichtig, bei der Novellierung einen besonderen Fokus auf den Spielerschutz zu legen, sowohl aktuell spielsüchtiger Menschen als auch potenziell gefährdeter Spielerinnen und Spieler. Die Anzahl der Geldspielautomaten hat sich in den Jahren 2006 bis 2016 um 131 % erhöht. In Hessen leben rund 24.000 Menschen, die als problematische oder pathologische Spielerinnen und Spieler eingestuft werden. Das führt oft nicht dazu, dass diese Menschen finanzielle Probleme haben, sondern dadurch sich selbst und auch ihr familiäres und ihr soziales Umfeld in erhebliche und belastende Lebenssituationen bringt. Für einen effektiven Spielerschutz ist es deshalb wichtig, dass der Spielhallenbetrieb den gesetzlichen Regelungen folgt und konsequent der Spielerschutz verbessert wird. Es ist sinnvoll, wenn sich die Anzahl der Spielhallen verringert und es nicht mehr zu einer Häufung von Spielhallen kommt. Einerseits, weil wir alle wissen, was das mit dem Stadtbild macht, nämlich dass jegliche Stadtentwicklungsbemühungen dadurch konterkariert werden und Innenstädte werden durch Spielhallen schlichtweg abgewertet. Andererseits aber auch, weil eine Vielzahl an Spielhallen Gewöhnungseffekte haben und dadurch Spielhallen mehr und mehr zum Alltag gehören, was dazu führt, dass die Hürde sinkt, weil sie als normal und dazugehörend angesehen werden. Werden aber sämtliche Spielhallen völlig unerreichbar oder unattraktiv sein, dann führt das leider nicht dazu, dass Spielerinnen und Spieler weniger spielen, sondern dass die Aktivitäten auf das Internet oder auf andere Glücksspielbereiche verlagert werden. Es ist also bei dem Spielhallengesetz ein Balanceakt gefragt. Wirkung und Ziel des Gesetzes muss zusätzlich zu einer Angebotsreduktion sein, durch effektive Sozialkonzepte, die alle zwei Jahre erneuert werden müssen, durch Schulung des Personals, ein besseres Informationsangebot und ein verbessertes Spielersperrsystem, die Beratung und die Betreuung so effektiv zu machen, dass es a weniger zu Spielsucht kommt, weil das Bewusstsein dafür geschärft wurde, und b eine drohende Spielsucht frühzeitig und wirksam entgegengetreten werden kann. Das hessische Spielhallengesetz erreicht diese Ziele durch verschiedene Maßnahmen. Zunächst wird der Mindestabstand von 300 m zwischen den einzelnen Spielhallen konsequenter umgesetzt, was diese Häufung von Spielhallen vermeidet. Insbesondere für Kinder und Jugendliche ist der Gewöhnungseffekt durch den Anblick von Spielhallen ausschlaggebend. Deshalb soll die Abstandsregelung von 300 m, die bisher zwischen den Spielstätten galt, auch zu Einrichtungen für Kinder oder Jugendliche gelten. Es wird also zukünftig nicht mehr möglich sein, eine Spielhalle direkt neben einer Schule oder einem Jugendclub zu eröffnen. Abschließend möchte ich noch auf einen Aspekt hinweisen. Das hessische Spielhallengesetz regelt nur einen Bruchteil des Glücksspiels. Auch weitere Bereiche, in denen Spielsucht droht, müssen stärker reguliert werden. Dazu gehört in erster Linie das Online-Glücksspiel, welches eine zunehmend stärkere Rolle spielt. Auch der Bereich der Spielgeräte in Gaststätten muss stärker in den Blick genommen werden. Hier sind engere Kontrollen und vor allem ein konsequenter Vollzug der gesetzlichen Regelungen wichtig. Aber für das, was wir im hessischen Spielhallengesetz regeln können, sehen wir die Verbesserungen und stimmen diesen insbesondere für den Schutz der Spielerinnen und Spieler zu. Vielen Dank. Danke, Frau Kinkel. – Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Eckert zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Minister, bei der ersten Lesung habe ich schon gesagt, der von Ihnen vorgelegte Gesetzentwurf hat Licht und Schatten. An genau diesen Stellen, die wir da diskutiert haben, haben Sie als Koalitionsfraktionen mit Ihrem Änderungsantrag zum Gesetzentwurf ein Stück weit verändert. Ich will nicht sagen verbessert. Auf die Details komme ich. – Ja, eben. – Das hätten Sie nicht erwartet. Aber ich finde, in dem Fall haben Sie es auch zu Recht nicht erwartet. Denn das, was Sie vorlegen, ist in keinster Weise eine richtige Antwort auf die Veränderung in diesem Gesetzentwurf. Wir haben in der ersten Lesung auch hier im Parlament noch einmal gesagt, die Idee des Wirtschaftsministers, zu sagen, ich will den Markt öffnen für andere neue Anbieter, ist ein richtiger Weg als Idee. Aber das, was Sie an Instrumenten anbieten, mit der Verkürzung der Konzessionszeit, ist der falsche. Weil Sie nämlich dann eher nicht neuen den Weg ebnen, sondern großen Kettenmöglichkeiten eröffnen. Ich bin dankbar, dass Sie das verändern, dass Sie da wieder auf die 15-jährige Konzessionszeit zurückgehen. Aber ehrlicherweise, meine Damen und Herren von Bündnis 90, die GRÜNEN und der CDU, das, was Sie dann im Gesetzentwurf in Ihrem Antrag beschreiben, ist echt schon Realsatire. Denn Sie sagen, die Anhörung hat ergeben, dass die Vertreter der Spielhallenbetreiber hier keine Verbesserung ihrer Rechte sehen. Aus diesem Grund soll die Regelung gestrichen werden. Na, wenn es so einfach ist, mit Ihnen Gesetze zu machen, weil ein Betreiber sagt, es hilft nicht in meinen Rechten, dann gute Nacht, meine Damen und Herren. Da sehen Sie, Sie haben den falschen Ansatz gewählt, nur mit diesem Auftrieb das Thema zu ändern. Aber das andere Thema, das wir diskutiert haben, Abstandsregeln, haben Sie mit Ihrem Änderungsantrag angepackt. Die 500 m waren einer der Themen, Abstand zu Orten, wo Kinder und Jugendliche insbesondere anzutreffen sind, dass dort diese Abstandsregelungen auf 500 m im Gesetz festgeschrieben werden sollten. Das war der Punkt, wo ich auch in meiner Rede gesagt habe, dass es eher in die Rubrik Licht fällt. Was machen Sie jetzt? Das, was in der Anhörung gefordert worden ist, konkretisieren Sie. Ja, das tun Sie. Aber Sie gehen wieder von den 500 m zurück auf 300 m. Sie verschlimmbessern Ihren Vorschlag, nämlich auf der einen Seite das aufzunehmen, weil alle gesagt haben, Sie müssen es konkretisieren. Ja, das ist richtig. Aber diese 500-Meter-Regelungen sind nur von den Betreibern als zu weitgehend definiert worden. Alle anderen, die sich mit Suchtproblematiken beschäftigen, den kommunalen Anbietern und anderen mehr, haben genau gesagt, der Weg ist richtig, und da hätte Hessen auch eine besondere Funktion, wenn wir das umsetzen würden. Nein, Sie mit dem Koalitionsentwurf verwässern es, meine Damen und Herren. Das Dritte zu dieser Thematik, meine Damen und Herren, auch das in der ersten Runde hier ein Thema gewesen, ist die Frage von qualitativen Kriterien, die Frage von Sozialkonzept, die Frage von, wie organisieren wir das, dass wir da Qualität reinbekommen, in der Frage von Prävention, von Schutz für Betroffene, für Spielsüchtige und all diese Themen mehr. Das fehlt leider komplett in den Veränderungen durch die Koalitionsfraktionen bei dem Gesetzentwurf. Sie machen keine Weiterentwicklung im Bereich Zertifizierung des Sozialkonzepts. Die Frage, ob es sinnvoll und richtig ist, wissenschaftlich das zu evaluieren, so wie wir, meine Damen und Herren. Wir haben das Thema heute Abend schon einmal gehabt, vor einer knappen Stunde. Wenn ich bei den glücksspielrechtlichen Vorschriften auf Bundesebene tatsächlich mit drin habe, dass ich bei Aktion Mensch und Fernsehlotterie genau diese wissenschaftliche Evaluation vorschreibe, bei den Spielhallen in Hessen wollen Sie genau diesen Weg nicht gehen, meine Damen und Herren. Ich finde, wenn wir das eine richtigerweise auch wollen und fordern, könnten wir es da, wo wir auch selbst die Kompetenzen haben, in unserem Gesetz auch festschreiben, meine Damen und Herren. Eines ist immer wieder in der Anhörung deutlich geworden. Wir waren mit Anträgen, mit Gesetzentwürfen hier im Hessischen Landtag schon einmal weiter. Im Jahr 2011 wurde ein Gesetzentwurf zu dieser Thematik diskutiert, der in vielen Fragen, was das Sozialkonzept, Abstandsregelungen, qualitative Kriterien und vieles andere mehr beschreiben, die allesamt gelobt worden sind und sie sich gewünscht hätten, die Anzuhörenden, dass diese Kriterien mit aufgenommen worden wären. Das ist der seinerzeitige Gesetzentwurf von der damaligen Oppositionsfraktion, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Das sind genau diese Gründe, die Sie jetzt hier mit Ihrem Änderungsantrag vorbringen und sagen, wir müssen die Ansätze, die in Ihrem Gesetz mit den 500 Metern gut sind, wieder zurückdrehen. Das ist, meine Damen und Herren, der völlig falsche Weg. Wir möchten Ihnen gerne Gelegenheit geben, über diese und andere Themen noch einmal ein paar Minuten nachzudenken, in der Hoffnung, dass Sie vielleicht doch diesen Weg weiter beschreiten. Deswegen beantragen wir dazu die dritte Lesung. – Herzlichen Dank. Danke, Herr Eckert. – Für die Linksfraktion hat sich Herr Schaus zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Auch ich komme noch einmal zum dritten Gesetzentwurf in Sachen Glücksspiel. Offensichtlich hat das etwas mit der Zeit zu tun, dass wir heute so geballt darüber reden. Das sich dann auch noch einmal fortsetzt, wie ich eben zur Kenntnis genommen habe, auch in einer dritten Lesung. Die im Spielhallengesetz zugrunde liegende Problematik, nämlich die der Spielautomaten, ist, wie in der ersten Lesung und auch in der Anhörung bereits verdeutlicht, nur bedingt auf Landesebene zu lösen. Es ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, weil das ein großes Thema ist, auch wenn es um Glücksspielsucht geht, wenn es um Kinder und Jugendliche geht, insbesondere dann, die das in Gaststätten mitkriegen. Dennoch müssen wir, wie ich finde, alle Möglichkeiten ergreifen, die zur Verringerung und letztendlich zur Vermeidung der von Spielautomaten ausgehenden Gefahren führen. In der Anhörung zum Spielhallengesetz wurde vonseiten der Suchtberatung die Gefahr der Glücksspielautomaten klar aufgeführt. 82 % der Klientinnen und Klienten, die sich in der Suchtberatung beraten lassen, benennen nämlich das Spiel am Automaten als problemverursachendes Glücksspiel. Es ist daher unerlässlich, die Zahl der Glücksspielautomaten nachhaltig und spürbar zu senken. Wir begrüßen es, dass die Koalition in ihrem Änderungsantrag und damit meine ich den Änderungsantrag 19, 5.507, und nicht den heute eingebrachten, zu dem komme ich dann auch noch einmal, endlich auch eines der Hauptprobleme, nämlich die Glücksspielautomaten in Gaststätten bzw. den sogenannten Spielbistros erkannt haben. Es ist, wenn ich mir die Debatte in den vergangenen Jahren anschaue, ein Fortschritt in Sachen Spieler- und Jugendschutz. Die Alltäglichkeit oder auch die ständige Verfügbarkeit von Glücksspielautomaten auch außerhalb von Spielhallen stellen für viele Spielsüchtige ein großes Problem dar. Zum einen bieten sie ein hohes Rückfallpotenzial, aber zum anderen gaukeln sie auch eine gewisse Normalität von Glücksspiel in der Gesellschaft vor. Aber Glücksspiel ist gerade an Spielautomaten eine große Gefahr und keine Normalität. Allein in Hessen sind etwa 25.000 und damit die absolute Mehrheit der 34.000 Menschen, die als problematische oder pathologische Spielerinnen und Spieler gelten, Spieler an Glücksspielautomaten. Der gesamte volkswirtschaftliche Schaden, der das Glücksspiel und seine Folgen pro Jahr entsteht, liegt schätzungsweise bei 6,6 Milliarden €. Die Tendenz ist steigend, da auch die Zahl der Spielautomaten in den vergangenen zehn Jahren erheblich gestiegen ist, und zwar um 131 % auf inzwischen fast 12.000 Geräte. Ich hoffe vor diesem Hintergrund sehr darauf, dass die Landesregierung aufgrund ihrer neuen Erkenntnisse nun aktiv und entsprechende Regelungen zum Spielerschutz gerade im Bereich der Spielautomaten über den Bundesrat anstoßen wird, damit die dringend notwendigen Regelungen auf Bundesebene endlich angegangen werden. Das geht über den hessischen Rahmen weit hinaus. Herr Schaus, ich möchte dringend anregen, Herrn Schaus zuzuhören und die Nebengespräche einzustellen. Vielen Dank, Herr Präsident. Insbesondere hier auf der rechten Seite war es besonders laut. Ebenfalls begrüßen wir grundsätzlich die Aufnahme eines Mindestabstandes von 300 m zwischen den Spielhallen im Änderungsantrag, auch wenn wir uns einen deutlich höheren Abstand von 500 m zu Kinder- und Jugendeinrichtungen gewünscht hätten, so wie es im ursprünglichen Entwurf vorgesehen war. Wenn ich mir Ihren Änderungsantrag noch einmal anschaue, den Sie heute eingebracht haben, dann muss ich feststellen, dass Sie selbst an dieser Stelle vor der Automatenwirtschaft vollkommen eingeknickt sind. Sie schreiben nämlich, dass Sie vollkommen eingeknickt sind. Sie schreiben nämlich, dass es jetzt eine Befreiung von dieser Anforderung, nämlich der 300 m, für einen angemessenen Zeitraum geben soll. Herr Minister, ich wüsste ganz gern, was dieser angemessene Zeitraum zu bemessen ist. Ist das ein Jahr, sind das drei Jahre, sind das fünf Jahre, sind das zehn Jahre oder vielleicht mehr? Letztendlich belegen Sie mit Ihrem neuen Änderungsantrag von heute natürlich, dass Sie nicht bereit sind, konsequent der Spielsucht entgegenzutreten, sondern Sie vielmehr nach wie vor wieder daran interessiert sind, der willfährig, wie ich sagen müsste, mit diesem Änderungsantrag der Automatenindustrie die Interessen zu vertreten. Deshalb lehnen wir den Gesetzentwurf und auch den Änderungsantrag ab. Danke, Herr Schaus. – Für die CDU-Fraktion hat Herr Kasseckert das Wort. Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen! Glücksspiel zum Dritten. – Ja, jetzt geht es, glaube ich. – Herr Schaus hat es eben schon gesagt. Wir haben uns in den zurückliegenden Monaten schon mehrfach mit dem Thema beschäftigt. Wir hatten zum 30.06. schon den Wegfall der Mehrfachkonzession, zurückgehend auf den Glücksspielstaatsvertrag aus dem Jahr 2012 mit der Übergangsfrist von fünf Jahren. Wir haben jetzt das Auslaufen des Spielhallengesetzes zum 31.12., der es notwendig macht, dass wir uns mit dem Gesetz neu beschäftigen müssen und verschiedene Dinge, wie ich meine, deutlich besser regeln im Sinne des Ziels, das wir alle haben, nämlich dass wir Spielerschutz erhöhen wollen, dass wir die Spielsucht eindämmen wollen. Ich will aber vorweg schicken, dass ich nicht glaube, unter festen Überzeugungen – das war im Übrigen auch ein Ergebnis der wissenschaftlichen Diskussion während der Anhörung –, dass ich nicht glaube, dass wir mit der bloßen Reduzierung von Spielhallen weder Spielsucht entschärfen oder Spielerschutz betreiben können. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, lediglich die Reduzierung von Spielhallen führt dazu, dass es ein Abwandern in die Illegalität gibt oder eben ein Abwandern in den Bereich der Internetspiele, ein Bereich, der unkontrolliert ist, der unserem Zugriff entzogen ist und der insbesondere eben auch keinerlei spielschützende Maßnahmen bisher darstellt. Deshalb, glaube ich, gibt es in dem Thema auch nicht schwarz und weiß, sondern ein Stück weit genauer hinschauen, in die unterschiedlichen Zielsetzungen ist dort angebracht. Wir haben – das ist richtig und deshalb geht der Gesetzentwurf und auch der Glücksspielstaatsvertrag darauf zurück – eine überbordende Prägung von Spielhallen in den Innenstädten, insbesondere in den größeren Innenstädten. Da hat die Automatenindustrie möglicherweise überzogen. Das ist etwas, was wir nicht wollen. Deshalb ist der Wegfall der Mehrfachkonzession und auch das Abstandsgebot zwischen zwei Spielhalmen der richtige Schritt dorthin. Mit den 300 Metern Abstand dürfte das in den meisten Fällen dann auch unterbunden werden können. Wir haben in dem Gesetz Spielerschutz erhöhen wollen. Hessen ist – das will ich an dieser Stelle auch deutlich machen – das einzige Bundesland derzeit, das die Sperrabfrage beim Zutritt zu den Spielhallen einsetzt, das sogenannte Oasisprogramm. Ich muss an dieser Stelle auch sagen – das kam bei der Anhörung deutlich zum Ausdruck –, dass es in Hessen keine Jugendschutzverstöße gibt, die uns dazu führen, das Gesetz zu verändern, sondern dass wir andere Ziele hatten, beispielsweise Prävention. Deshalb ist in dem Sozialkonzept die Schulung des Personals oder auch die Dokumentation verschiedener Maßnahmen in dem Gesetz aufgenommen worden, die genau dieses zum Ziel haben, Spielerschutz oder Spielerschutz und Prävention auf der anderen Seite. Offen aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist, dass wir verschiedene Maßnahmen in diesem Gesetz leider nicht regeln können. Das ist die Situation, dass wir in Gaststätten oftmals Automaten haben, in Gaststätten Alkohol ausgeschenkt wird, dass es keine Sperrzeiten gibt, zumindest nicht diese Sperrzeiten, wie wir sie in den Spielhallen haben, und dass wir hier keinerlei Kontrolle vornehmen können, insofern der Spieler völlig frei unterwegs ist, ohne dass er sich der Kontrolle des Gesetzgebers unterziehen muss. Das ist etwas, was wir ändern wollen, was wir in diesem Gesetz nicht ändern können, aber wofür das Gaststättengesetz in Angriff genommen werden muss. Die Spielerkarte ist auch schon heute diskutiert worden. Das ist eine Maßnahme, die sinnvoll und notwendig ist, die wir nur nicht allein in Hessen einführen können. Deshalb ist es notwendig, dass wir hier auf Bundesebene weiterhin tätig werden. Das finden Sie im Vorwort unseres Antrags. Die Wegfall der Mehrfachkonzession, die Verbesserung des Sozialkonzepts, das waren die Dinge, die wir in die Diskussion eingebracht haben. Eine weitere Verbesserung, nämlich die zusätzliche Abstandsregelung von 300 m zur Einrichtung und Örtlichkeiten der Kinder- und Jugendhilfe. Anders, Herr Eckert, als Sie es dargestellt haben, kam neben der Suchtseite, aber auch von der wissenschaftlichen Seite die Feststellung, dass die bloße Abstandsregelung das Thema Spielsucht nicht auffangen können wird. In der Diskussion kam auch deutlich zum Vorschein, dass wir bei der Frage von Jugend- oder Einrichtungen und Örtlichkeiten von Kinder- und Jugendhilfe mehr Definition brauchen. Ich glaube, das ist auch gar nicht diskussionswürdig, dass beispielsweise an Kindergärten die Problematik des Spielsüchtigen gar nicht erst entstehen kann bei vierjährigen, dreijährigen, vierjährigen, fünfjährigen Kindern. Anders ist es in Jugendzentren. Ich sehe die Gefahr auch bei Grundschulen nicht. Anders ist es bei weiterführenden Schulen. Anders ist es in der Oberstufe. Von daher braucht es nähere Ausführungen. Neben dem, was wir hier im Gesetz konkretisiert haben, braucht es auch Ausführungsbestimmungen, die den Kommunen präzise an die Hand geben können, wo und wann sind die 300 m einzuhalten. Ich sage es noch einmal, uns geht es nicht darum, generell Spielhallen auszukehren, sondern qualitative Kriterien hier einzuführen. Dafür sind beispielsweise, meiner Meinung nach, Schulen ab der fünften Klasse, Jugendzentren und andere Plätze. Dort, wo sich minderjährige Jugendliche für gewöhnlich aufhalten, wo sie sich überwiegend aufhalten, auf keinen Fall ein Platz, wo eine Spielhalle entstehen soll. Deshalb ist es hier in dem Gesetz auch noch einmal konkretisiert. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD Wir haben auch diskutiert. Sie wissen, ich bin selbst lange Jahre Bürgermeister gewesen. Wir haben auch einen Vertrauensschutz gegenüber denjenigen einzuhalten, die sich an die Rechtslage, an die Übergangsfristen des Glücksspielstaatsvertrags gehalten haben und zum 30.06. ihrer Anträge gestellt haben. Aber die Anträge sind in vielen Fällen bis heute nicht entschieden. Deshalb haben wir einen Vertrauensschutz in unseren Änderungsantrag aufgenommen, der besagt, dass diejenigen, die ihre Anträge, ihre Hausaufgaben gemacht haben, im Übrigen, wie ich meine, auch diejenigen, die gesetzeskonform bisher auch Spielhallen betreiben, dass diejenigen, die ihre Anträge ordentlich gestellt haben, fristgerecht gestellt haben, eben auch beschieden werden in dieser Frage nach dem Gesetz, das zum 30.06.2017 seine Gültigkeit hatte, sodass auch hier ein Vertrauensschutz entstanden ist. Der Änderungsantrag, den wir Ihnen heute noch auf den Tisch gelegt haben, mit der Drucksache 19-5768, korrigiert noch einen Redaktionsfehler. Das will ich an dieser Stelle auch deutlich sagen. Es ist nicht so, wie Sie, Herr Schaus, ausgeführt haben, dass wir da eingeknickt sind, ganz im Gegenteil. Sie haben den letzten Satz offenbar überlesen. Eine solche Härtefallregelung ist verfassungsrechtlich geboten. Wenn wir uns nicht angreifbar machen wollen, dann nehmen wir diesen Passus mit auf. Deshalb empfehle ich die Zustimmung. Wir haben die Gelegenheit, das jetzt leider in der dritten Lesung noch einmal zu diskutieren, in der anschließenden Ausschusssitzung. Aber ich glaube, wir sind mit dem Gesetz einen deutlichen Schritt weitergegangen, als es bisher der Fall war. Wir sind vielleicht noch nicht am Ende der Fahnenstange. Auch da werden uns die weiteren Erfahrungen noch die Möglichkeit geben, nachzujustieren. In dem Sinne, glaube ich, ist es ein vernünftiges und ein gutes Gesetz im Sinne von Spielerschutz, im Sinne von Prävention versucht, aber auf der anderen Seite auch in diesem Sinne, dass wir sagen, dort, wo wir hinschauen können, wo der Markt geregelt ist, ist es allemal besser, als wenn Spieler in die Illegalität abtauchen können. – Vielen Dank. Danke, Herr Kasseckert. – Für die Landesregierung spricht Staatsminister Al-Wazir. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als wir im Juni in der ersten Lesung über diesen Gesetzentwurf diskutiert haben, habe ich Ihnen eine muntere Debatte versprochen. Genau diese hat es an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Gelegenheiten gegeben. Ich will vielleicht an dieser Stelle einfach einmal festhalten, dass viele Beteiligte sich zu den unterschiedlichen Gesetzesänderungen geäußert haben. Den einen ging der Gesetzentwurf nicht weit genug, den anderen ging er zu weit. Das war uns vorher schon klar, dass das genau so kommen wird. Deswegen vielleicht noch einmal generell zur Frage, warum wir das eigentlich machen. Rein formal läuft das geltende Spielhahngesetz Ende des Jahres aus. Wir haben schon Dezember, deswegen ist klar, dass wir jetzt hier beschließen müssen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will Ihnen an dieser Stelle schon einmal sagen, aus meiner Sicht ist es noch wichtiger, dass wir uns mit den Gefahren der Spielsucht auseinandersetzen. Spielsucht kann Existenzen bedrohen, Spielsucht kann Familien gefährden, und zwar nicht nur mit gravierenden Folgen für die Betroffenen selbst, sondern auch für deren Angehörige. Ich glaube, das hat uns die Anhörung noch einmal deutlich vor Augen geführt. Es ist jetzt Zufall, dass wir heute Abend an drei Punkten hintereinander über diverse Formen des Glücksspiels und dem Versuch reden, dieses Glücksspiel zu regeln. Aber ich glaube, das Grundprinzip ist durchaus überall gleich. Wir wollen, dass Glücksspielsucht effektiv und vor allem spielformübergreifend bekämpft wird. Was auch klar ist, ist, dass wir die in der Anhörung angesprochene Problematik der vielerorts entstehenden Pseudospielhallen und Spielbistros durch effizienten und wirklich wirksamen Vollzug angehen müssen. Das wird natürlich auch vor allem eine Sache der Vollzugsbehörden vor Ort sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber ich glaube, dass der vorliegende Gesetzentwurf ein wichtiger Baustein im Kampf gegen die Glücksspielsucht ist. Die einzelnen Punkte sind angesprochen worden. Der Mindestabstand zu Kinder- und Jugendeinrichtungen hat es noch einmal Änderungen gegeben. Das wurde auch im Rahmen der Anhörung intensiv diskutiert. Ich glaube, wir sind uns einig beim Ziel, einen hohen Kinder- und Jugendschutz gewährleisten zu wollen. Wir haben Unterschiede beim Weg dorthin, aber im Ziel sind wir uns einig. Auch klar ist, dass Betretungsverbot und Eingangskontrolle allein nur bewirken, wenn sie umgesetzt werden. Auch das ist eine Frage, die natürlich vor Ort im Vollzug überprüft werden muss. Wir bewirken nur, dass Kinder und Jugendliche keinen Zutritt zu Spielhallen haben. Ich bin der Auffassung, dass das neu eingeführte Abstandsgebot richtig und wichtig ist, weil es in seiner Zielsetzung darüber hinaus geht. Es soll bewirken, dass Spielhallen aus dem täglichen Umfeld von Kindern und Jugendlichen weitestgehend herausgehalten werden, damit früher ansetzen und verhindern, dass die Grundpfeiler für eine Glücksspielsucht gelegt werden. Wir haben am Ende etwas verändert, weil klar war, dass es ein Teil des Ergebnisses der Anhörung war, dass es da natürlich auch widerstreitende Interessen gibt. Wir haben den Begriff Kinder- und Jugendeinrichtungen konkretisiert, um Rechtsstreitigkeiten vorzubeugen. Wir haben am Ende im Fraktionsänderungsantrag den Mindestabstand auf 300 m reduziert und damit an den Mindestabstand zwischen den Spielhallen angeglichen und eine Übergangsvorschrift geschaffen. Deswegen will ich an dieser Stelle sagen, ich darf das vielleicht noch einmal erklären. Wir gehen davon aus, dass kaum ein Spielhallenbetreiber, der in Zukunft einen Standort hat, der keine Konzession mehr bekommt und deshalb nicht mehr weitermachen kann, einfach so hinnimmt, sondern wir gehen davon aus, dass wir die üblichen verwaltungsgerichtlichen Verfahren haben werden. Herr Schaus, deswegen müssen wir darauf achten, dass wir ein Gesetz vorlegen, was handhabbar ist und was natürlich am Ende nicht dazu führt, dass länger andauernde Verwaltungsverfahren vor Ort zulasten von Antragstellern gehen und daraus dann der nächste Rechtsstaat tritt. Deswegen die Übergangslesung. Moment, zweiter Punkt. Nächster Punkt. Ich komme dazu. Nächster Punkt. Spielhallerlaubnis. Es ist angesprochen worden. Die Verkürzung auf zehn Jahre war von unserer Seite aus primär dazu gedacht, den Markt für neue Mitbewerber zu öffnen. Deswegen finde ich Ihren Vorwurf, Herr Schaus, auch nicht gerechtfertigt. Die Vertreter der Branche selbst haben darin jedoch ausschließlich Nachteile gesehen, gerade für neue Bewerber. Deswegen war das, was man sich ursprünglich gedacht hatte, ganz offensichtlich nicht am Ende erfolgreich oder wäre nicht erfolgreich gewesen. Deswegen gibt es diesen Änderungsantrag, dass es zukünftig bei der maximalen Geltungsdauer von 15 Jahren bleiben soll. Verbot der Mehrfachkonzession, ganz wichtig, bleibt dann die Frage, dass wir die bisherige Vollzugspraxis, was die Ausnahme vom Abstandsgebot angeht, gesetzlich konkretisieren und zukünftig die Fachaufsicht auch voll überprüfbar machen. Die Abweichungsmöglichkeiten von der allgemeinen Sperrzeit werden eingeschränkt. Es ist nur noch eine Verlängerung der Sperrzeit bei Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses möglich. Damit wird die Sperrzeit vereinheitlicht und das sogenannte Spielhallenhopping verhindert. Die Vorschriften über das Sperrsystem sind aktualisiert und praxisbezogen ausgestaltet worden. Ich will an dieser Stelle noch einmal sagen, wenn Sie sich anschauen, dass die weit überwiegende Mehrheit der Sperren in diesem System sogenannte Selbstsperren sind, dann wird vielleicht noch einmal deutlich, was ich am Anfang sagte, was für eine Gefahr auch in diesem Bereich herrscht, für diejenigen, die damit ganz offensichtlich nicht umgehen können. Deswegen ist es an dieser Stelle, glaube ich, richtig, das so zu machen, und auch keine befristete Sperre von weniger als einem Jahr vorzusehen. Das wurde auch diskutiert, weil das aus unserer Sicht, aus suchtfachlicher Sicht, keine Hilfestellung für die Betroffenen ist. Die Sozialkonzepte sind zu vereinheitlichen. Ich will das ausdrücklich sagen. Der Überarbeitungszeitraum von zwei Jahren gewährleistet eine regelmäßige Überarbeitung des Sozialkonzepts. Aber ich will Ihnen ausdrücklich sagen, die Spielhallenbetreiber müssen aus meiner Sicht die Verantwortung dafür übernehmen, dass sie das Glücksspiel mit dem höchsten Suchtpotenzial anbieten. Deswegen bitte ich an dieser Stelle auch die Spielhallenbetreiber, sich ihrer Verantwortung bewusst zu sein, wobei völlig klar ist, dass die Kommunen vor Ort dieses Gesetz dann auch vollziehen müssen. Herr Minister, ich erinnere an die drehende Zeit. Letzter Punkt, Herr Präsident. Ganz kurz. Stichwort die Frage von Herrn Schaus. Was ist angemessen? Ich will Ihnen an dieser Stelle einmal sagen, dass Sie es vielleicht nicht mögen, aber wir leben in einem Rechtsstaat, in dem auch ein Unternehmen ein Grund gibt. Moment. Nächster Satz, Kollegin Wissler. Nächster Satz, Kollegin Wissler. In der auch Unternehmen Grundrechtsträger sind. Übrigens, wenn Sie sich beispielsweise an unsere Debatten über Schadensersatzansprüche erinnern, das wird auf den Einzelfall ankommen, Herr Schaus. Natürlich kommt es aus dem Einzelfall an. Herr Schaus, angenommen, Sie wären Unternehmer. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Sie hätten beispielsweise eine Summe x in eine Einrichtung investiert, nachdem Sie sozusagen davon ausgegangen sind, dass Sie diese Investition über einen bestimmten Zeitraum in Anführungszeichen wieder reinholen. Dann kommt jemand und sagt Ihnen, ich entziehe Ihnen die Genehmigung. Dann werden Sie im Zweifel mit genau diesem Argument vor das Gericht gehen und höchstwahrscheinlich gewinnen. Deswegen wird man sich an dieser Stelle im Einzelfall anschauen. Beispielsweise sind noch Schulden auf diesem Bereich. Es gibt laufende Mietverträge mit allem, was dazugehört. Das genau können wir nicht in einem Gesetz für jede einzelne Spielhalle in Edermünde regeln. Das können wir nicht machen. Das muss am Ende vor Ort geklärt werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Diese Möglichkeit können wir den Behörden vor Ort nicht abnehmen. Genau dafür haben dann am Ende die Vollzugsbehörden auch die Verantwortung. Herr Minister, ich habe den Eindruck, dass Sie das schon sehr gut erklären und nicht die Hilfestellung anderer hier im Haus brauchen. Bitte noch einmal um Aufmerksamkeit. Unterm Strich. Aus meiner Sicht leistet das Spielhallengesetz einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Glücksspielsucht. Ich glaube, dass die Änderungen wesentlich dazu beitragen und gleichzeitig bewirken, dass die Interessen aller Beteiligten gewahrt bleiben. Deswegen hoffe ich, dass wir, wenn wir es heute nicht machen, dann am Donnerstag das Gesetz endgültig beschließen können. Ich setze darauf, dass wir im Vollzug, wenn ich das einmal so sagen darf, dann auch vor Ort besser werden, als wir es in der Vergangenheit waren. Vielen herzlichen Dank. Beifall bei Abgeordneten der SPD und der Abg. Hermann Schaus und der Abg. Mürvet Öztürk und der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss in 510 W. Allen anderen wünsche ich einen schönen Feierabend.